Hallo, mir geht's gut, ich hoffe euch auch, ich hab Bock. Hallöchen, liebe Damen und Herren, wir... Das ist einfach, tut mir leid, Bruder. Sprachen lernen, Bubble. Wir setzen das Experiment fort. Mbappé und Neymar wurden wieder verkauft und wir gehen heute an Tag 2 zum Samstag in die Lightning Round. 21 Uhr wieder plus 20.000. Wir gucken mal, was wir kriegen. 1,5 Millionen auf der Uhr. Ab dafür. Icon Moments draußen. Wir kriegen aber Neymar. Danke sehr. Für nix. What if is this event? What if will uns was bringen? The question is, what is the question? That's here the question. Für uns jetzt muss man was gucken. Ah, Workout ist da. Keine Special Card. Frankreich. Ach, der kommt sowieso nicht. Ach, Benzema. War doch klar. Workout ist da. Inform ist da. Deutschland ist da. Ne. Fluchtaxt hier. Lostheit ist am starten. Gehen wir zum Glück nicht ganz so schnell weg. Jaaa! Ey, ich smooth ihn noch richtig. Topport Team. Euro. League. SPC. Eier. богat. Belgium. 160. Booter. Verkaufel. Der Hype ist real. Oh shit! Der Hype ist real. Hm. Nyeowang. Nyeow. 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 mhm, ja, mhm Danke für mich Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen Sie die Packungsbeilage und schlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker Eines Special Cards neben den 5-mal-Units Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts Gemischt mit ganz vielen Special Cards Aber nicht für mich Nur UCL Schmutz UCL Schmutz Es Schmutz UCL Schmutz Es Schmutz Dax Tier Das war im Größen und Ganzen Definitiv Schmutz Food Champions abgeschlossen Das ist immer der absolute Gold Gold Damit das klar ist Gut Mhm Egentlich Erfolgreich abgeschlossen für diese Woche Und wird den Sieg überholt So, 2 in 8 Plus Facts haben Sie eingestellt Dann stelle ich Ihnen immer nur mit Versyldener Guides Ab dafür Workout Schmutz Und das letzte für heute Schmutz Und das letzte für heute Schmutz Macht's Schmutz Macht's schön gut Und Bis zum nächsten Mal eine ein Schmutz Es ist immer ein Giant Bis zum nächsten Mal.